Was freibst du? Die Beutdecke lockern, ich krieg Platzangst. Geht das auch leiser? Ich mein hier sonst weiss was. Na und, wir sind wacher geratet. Lass dich mal. Was kann ich dafür, dass das Bett quietscht? Hier stinkts. Durch diese Wände versteht man jedes Wort. Was? Riechst du nichts? Ich riech's gerne. Affe! Ach! Steckt wie ein Skilader. Hast du gesehen? Die haben schon für die Reserde-DC-Rolle. Aber man muss nicht extra drauf achten, sie sind pink und haben Hasenbogen. Bestimmt ein Geschenk von einem Enkel. Wahrscheinlich wie der Skil-Over-Roll. Es gibt nichts widerlicheres als dicke, alte Männer im engenweißen Skil-Over-Roll. Das kommt ja schlecht auf mich mit seiner Hörbrille. Das ist eine ganz normale Hornbrille. Sieht aber aus wie eine Hörbrille. Was ist denn jetzt wieder? Dieses mittelalterliche Bettzeug bricht mir die Seele. Jetzt kommt ja da kalte Luft rein. Und wenn sie weg sind, haben sie jetzt 25 Grad. Muss ich das jetzt die ganzen Ferien hören? Nein, das ganze Jahr. Zum allerletzten Mal. Das ist der Break's Room. Was? Mit der Durchbruch. Noch nie, noch nie war einer aus der Geschäftsleitung über die Festa der kleine Chalet. Kein Wunder. Du musst ja auch nicht mit seiner alten Brunzli backen. Ich bin doch nicht mit deinem Top-Manager verheiratet, damit ich in den letzten Tagen des Jahres in einem stinkigen Chalet am Arsch der Welt Brunzli. Ich habe Brunzli schon als Kind gehasst. Was ist jetzt wieder? Ich bekomme Ausschläge, die wollte gebrät meine Haut. Haben die noch nie was von Nordischstrafen gehört? Klar, ich büte das auf Tänzische. Die große Reserve wird Seerollenschule getastet. Schlaß jetzt. Ich kann nicht schlafen um 10. Ich bin doch Windu. Wenn dir das keinen Rekordbonus einträgt, lass ich mich scheißen. Wenn dir das keinen Rekordbonus einträgt, dann nur, weil man nie, wenn ein Ding das Wort versteht. Du bist Paranoid! Du bist Paranoid! Was ist jetzt wieder? Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich.